Ich heiße Bärbel Hamal, meine Heimatgemeinde ist Gerha-Langenberg im Osten von Thüringen. Als Prädikantin bin ich für den gesamten Kirchenkreis Gerha beauftragt. Ich möchte für die Menschen ansprechbar sein, zu Glaubensfragen und zur Kirche, nicht nur beim Sonntag durch den Gottesdienst, sondern im Alltag. Mit meinem kreativen Kirschenladen will ich auch Türen öffnen für Menschen, die Begegnung suchen und denen die Kirchenmauer noch zu hoch sind. Unsere Kirche befindet sich gerade im Umbruch. Ich wünsche mir mehr Solidarität untereinander, dass wir nicht nur auf unseren eigenen Kirchturm schauen, sondern kreativ unsere gesamte Kirchenregion mitgestalten, damit wir auch in Zukunft mit Angeboten für Jung und Alt verlässlich erreichbar sind. Bei der Strukturengestaltung im Kirchenkreis Gerha bringe ich mich aktiv ein und bin dabei mit Freude und Vertrauen auf Gott unterwegs.